If you love something, let it go. It goes back to you, it's yours. If it doesn't, it never works. Hold me down, baby. If I let me fly, I'll give me death. Let my soul rest, take my breath. If I don't fly, I'mma die anyway. I'mma live on when I'll be gone any day. Abdallah Shaltoud hat hautnah miterlebt, wie sein guter Freund Firaz Huidi zum Dschihadisten wird. Letztes Jahr geht Firaz nach Syrien, um dort für den IS zu kämpfen. Abdallah hält mit ihm regelmäßig Kontakt. Vor wenigen Wochen dann die Nachricht, Firaz ist im Kampf um die kurdische Stadt Kobane gefallen. Wie haben Sie denn mit Firaz kennengelernt? Ich habe ihn auf YouTube, er hatte damals seinen Channel namens FiroTV, da habe ich das erste Mal ein paar Videos von ihm gesehen. Ich fand ihn überaus sympathisch, überaus lustig. Und ich habe ihn dann ziemlich oft in der Moschee des Islamischen Zentrums gesehen. Wir haben uns oft unterhalten und so haben wir uns halt dann kennengelernt und eine Freundschaft aufgebaut. War er ein gewalttätiger Mensch? Überhaupt nicht. Bei Gott nicht. Jeder, aber nicht Firaz. Nein, nein. Haben Sie eine Erklärung dafür, wie jemand, den Sie als gar nicht gewalttätig kennen, dann dort runtergehen kann und Menschen umbringen? Da kann ich nur spekulieren. Das müsste man Firaz selbst fragen. Aber haben Sie das in ihm gesehen, dass er kämpfen will? Nein. Haben Sie mit ihm über diese Terrormilizen gesprochen damals? Nein. Haben Sie über den IS, über die Al-Nusra-Front? Die war damals nie relevant bei uns. Also damals, die einzige Organisation, über die wir damals geredet haben, war die FSA, die Freie Syrische Armee. Und die haben wir so hoch gehalten. Das waren quasi für uns die Menschen, die gegen das Böse in Syrien, quasi gegen das Assad-Regime gekämpft haben. Hat Firaz Ihnen da angedeutet, dass er sich vorstellen könnte, für die zu kämpfen, da mitzukämpfen, da mitzutun? Nein. Natürlich. Das Heldentum will jeder mal haben. Also jeder will mal der Held sein. Aber so wirklich konkret darüber haben wir nie geredet. Wie lange war er in diesem Status, wo er nicht genau wusste, wohin mit seinem Leben? Ein paar Monate, schätze ich. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass als er gegangen ist, er quasi vor dem Nichts stand. Also keine Ausbildung, keinen Lehrabschluss. Hat es das gegeben, ein Netzwerk, das ihm irgendwie versucht hat zu erhalten? Ich habe ihm viele Vorschläge gemacht. Ich habe ihm gesagt, okay, wenn dir das nicht gefällt, such dir eine Lehre. Wenn dir das nicht gefällt, mach die Matura und dann schon weiter und studiere. Und ich wette, ich war nicht die einzige Person, die das gemacht hat. Sicherlich haben seine Eltern auch versucht, ihn zu unterstützen. Haben Sie wahrgenommen, dass er sich radikalisiert, dass er sich irgendwo hineinsteigert? Nein, habe ich nicht. Wir haben Demonstrationen organisiert. Zum Beispiel damals, wo ein paar Amerikaner einen Film über den Propheten Mohammed, auf ihm gemacht haben. Da haben wir eine Demo vor der amerikanischen Botschaft gemacht, die sehr gut besucht war. Und das war für ihn so, für uns alle so, wir können etwas tun, wir können etwas bewirken, wir können ein gerechtes Wort sprechen. Und das war für ihn so eine Art, so eine Art, so eine Art Genugtuung. Beziehungsweise er hat sich dabei wohl gefühlt, wenigstens etwas machen zu können. Vielleicht war ihm das etwas aber nicht genug. Sie haben ja dann mit ihm noch Kontakt gehabt, wie er schon in Syrien war. Ja. Was haben Sie ihm da gesagt? Ich habe ihn gefragt, wie es ihm geht. Ich habe ihm gesagt, ob es ihm gut geht. Er war ein Freund und er ist ein Freund geblieben. Und ich werde den Weg, den er eingeschlagen hat, niemals gut heißen können. Aber wenn Ihr Bruder ein Mörder ist, er ist trotzdem Ihr Bruder. Und Sie können die Gefühle gegenüber ihm nicht verleumden. Was hat er Ihnen dann gesagt? Was hat er Ihnen von seinem Leben dort unten erzählt? Er hat mir erzählt, dass er zu Essen kriegt, dass alles super ist. Tolle Wohnungen, Strom, Gas, alles da. Sprich, dass es ihm super duper geht. Haben Sie über das Kämpfen auch gesprochen mit ihm? Nein. Also er hat mir nur einmal gesagt, dass er sich versteckt hat während eines Luftangriffs. Wie ist das passiert, dass dieser jemand sich dann so radikalisiert und plötzlich nach Syrien geht? Was ist da passiert in Österreich? Die Theorie, die für mich am vernünftigsten klingt, ist, dass er eben unbedingt etwas verändern wollte. Er wollte unbedingt diesen Menschen dort helfen. Irgendwie. Er wusste, er ist kein Arzt, er ist kein Pharmazeut. Also medizinisch kann er nicht helfen. Und vielleicht war ihm Kleidungsspenden nicht genug. Und vielleicht ist er dann in dieser Situation an falsche Leute geraten. Leute, die ihm gesagt haben, du musst alles und jeden hassen, der unsere Mentalität nicht hat und unsere Mentalität nicht lebt. Gibt es diese Leute in Wien? Ich werde es nicht bezweifeln. Aber die sind minimal. Gibt es Leute, die in Wien für den IS rekrutieren? Haben Sie davon gehört? Habe ich nie mitbekommen. Ich habe es gehört, dass es angeblich diese Leute geben soll. Aber das sind meiner Meinung nach Geistesgespinste. Ich habe nie so einen gesehen, nie so einen erlebt, niemals einen Namen von einem gehört. Es gibt ja Berichte, also Ebotema zum Beispiel wurde festgenommen, ein Prediger, der in Wien für den IS rekrutiert hat. Haben Sie so etwas miterlebt? Ich habe vom Ebotema ziemlich viel gehört. Ich habe einmal einen Vortrag von ihm besucht. Der Vortrag war fantastisch. Das muss ich ehrlich zugeben. Also es war kein Vortrag, wie man es sich von dem Ebotema vielleicht vorstellen würde. So dass er jetzt über den Dschihad predigt oder irgend so was in der Art. Nein, er hat einfach über ein Thema geredet. Und zwar es ging konkret um die Schamhaftigkeit im Islam. Das ist eigentlich ein ziemlich tiefes Thema im Islam und ein rein spirituelles Thema. Ich weiß nicht, was er außerhalb seiner Vorträge gemacht hat. Aber ich habe niemals von dem Ebotema sowas in der Art mitbekommen. Hatten Sie das Gefühl, dass Sie beobachtet werden von Behörden, von Polizei, von Sicherheitsbehörden, die in Österreich ja immer wieder in solchen Kreisen ermittelt? Nein, an sich nicht. Das Einzige war halt, es ist bei jedem so, wenn man halt das Freitagsgebet im Islamischen Zentrum beten geht, hocken immer zwei Polizisten in ihrem Auto oben am Hügel. Das war's. Die Polizei sagte, man beobachtet die Szene quasi ganz genau und man wisse ganz genau, wer überlegt runterzugehen nach Syrien und man wisse auch, wer zurückkehrt. Haben Sie das wahrgenommen? Nein. Haben Sie wahrgenommen, dass Polizisten Sie ansprechen, den Firas ansprechen, Ermittler ermitteln in der Szene, dass sie jemanden kennen, der jemanden kennt, mit dem wir gesprochen haben? Nein, und ich finde diese Information, ich sehe sie als falsch an, weil wenn man tatsächlich die Leute kennen würde, die mit dem Gedanken spielen würden, nach Syrien zu gehen, würde ich der Polizei eine Frage stellen, warum hält man diese Person nicht auf? Warum sind dann trotzdem Pi mal Daumen 200 Österreicher unten?